ARD Text im Auftrag von Funk Ja? Ja, ich weiß. Auf, äh, rote Augen, feuern. Ah, Sniper-Muni nachladen. Lol, grad'n Lack. Was geht jetzt ab? So. Ungefähr treff ich's rote Auge nicht. Doch, jetzt. 17k. 19k. Hält's im Maul. Achtung, Engelhafte Wächter. Engelhafte Wächter. Kann nix, alter. Ah, jetzt leck ich wieder. Hammer. Du ist noch tot. Ja, ne, in Ohnmacht. Kannst du mich kurz holen? Ich seh grad nicht so viele Gegner. Wieviel Leben hast du? Ich hab 11k mittlerweile. Äh, nicht voll ist's gerade, deswegen kann ich's dir nicht sagen. Halla mich mal kurz ab. 10.500. 11.100. Hast du irgendwas, was dein Leben erhöht? 11.700. Hast du irgendwas, was dein... Hm? Ja, ich hab den, äh, Lebensmod drauf. Uh, da war ein Exploder gerade. Hmhm. Soviel zum Thema Waren. Ich find's geil, die ganzen, äh, Statuen von Markus da oben zum Beispiel. Schau mal. Über der Tür bei nem Pfeil. Ja. Ja. Ah, it's easy. Alter gemacht. Demeter, hey. Alter gemacht. Demeter, hey. was auf das haus hochkommt überlebst du es? jaja welches haus? was da oben hängt easy da lang laufen ja man kommt rüber es bringt noch ein gang so wie nichts ist ja? schade so ne sniper äh ne so ne äh gegen ja ist das eine so ne schrotze wär schon lustig gewesen boah die die roboter können echt gar nix mehr wenn du die arme weggeballert hast können generell nichts wenn du korrosionswaffe hast mit einer hohen kadenz smg halt ne? spuckt moni raus ohne ende ja mach's die mit der korrosion richtig fertig äh spieler skin freigeschalten alter ich hab grad irgendein ding bekommen patronen hüls nächste freischaltung achievement du machst ja grad mega viel slack schaden korrosionsschaden mach grad korrosionsschaden äh korrosionsschaden übler loader übler loader wo das denn? oh ja ok bei uns der verteilt auch richtig gut der macht gar keinen schaden achtung die fliegeviecher wieder oooh sicher dass der keinen schaden macht? ja ziemlich sicher ja der kostet grad schaden oh mein gott ich freu mich schon wieder die folge hier mit äh einem killcounter zu versehen lass mich, lass mir den oh man hier hab ich den getötet ach ich hab den getötet lol 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 da womit ich mein chill oder so ja ich bin einfach gut du keine muni mehr ja ich hab noch genug aber das ist ja auch normal die fliegeviecher ey ich hab nur noch 100 Schuss mit der SM? ja SM alles klar hau zu viel drauf glaub ich ok hab wieder mehr 251 oah alter Sprengkörper geworfen Sprengkörper geworfen ja die hat die hat nen Zielsucher drin die äh die die granate die ich hab die ist ziemlich nice aah 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 yeah sieh 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 fliege zu dem hin und bam fliegeviecher kotzen an fliegeviecher kotzen an fuck it da hab ich zu spät den Facebook angeschalten hier wieder knall mir die scheiß reparatur bots ab aah mist mist kann nix die sag anloader da sind echt viele da hinten ich hab noch neun schuss hab ich noch 200 schuss mit der ähm mit der ähm mit der äh schrotze mit allen anderen waffen auch noch ich gön mir noch reichlich damage bei den Gegnern oh jetzt weiß ich nicht ob ich's schaffe ach doch doch wenn du mit dir nicht dann ich hab ihn dir vorbereitet du Affe ja hab ich gemerkt und lootst du reichlich? muss looten reparatur bot die geht so auf den Piss weg mit dem da hat alles drin lassen ich brauch ne ebens regi jo jetzt kill ihn ne ich will den Reparatur bot killen ich geh mal kurz killen kann ich jetzt? jo Box halt schon wenn du so 18.000 mit einem mit einem ähm einem schrotzen schuss ziehst ich weiß gar nicht wie viel ich ziehe weil ich so schnell Schaden draushau ich hab noch 10 Schuss oben auf dem Haus ist einer jetzt nicht mehr kritischen Schaden erliten kritischen Schaden erliten kritischen Schaden erliten reparatur bot wo bist du? dein? ich brauch Muni und weg mit dem wo ist ne Kiste Miles wo ist ne Kiste ah weil ich halt den weg dann den so alles voller Pistolen ja? soll ich eins number? Pistolen die 1900 ziehst ich hatte eine die 3900 zieht aber das war ein Prank wenn es so eine Pistole in einem anfangstyp gibt es alter kommt ich will helfen gleich gleich kommt ein constructor warte kurz muss ich eine Muni laden hier ist keine Muni doch doch hier oben hier ist keine Muni dammeln ich gehe einen constructor weg bollern die exploder explodieren das ist ein wer der slowde muss hier weg ich bin gleich tot mach halt ach ne ich heile mich schnell siehst du mein leben alter hoch und runter nein wie gesagt wenn man hochschießt und der mensch den ich verteile mit irgendwas mit 30.000 der sekunde oder nachladen er ist gleich tot pass auf rett mal der spontan exploder war jetzt kriegt er hat der mensch ja ich geh den noch mal zu schluss ist tot keine muni mehr ist tot da ist noch einer so gleich roland lebt jetzt wieder mit uns der macht sich türme das ist jetzt ein scherz oder draußen ist verdammt laut meine mutter kommt rein macht erstmals fenster auf kannst du mich kurz heilen ne warte schaffe ich schaffe ich dann brauche ich es doch nicht mehr schaffen das ist echt der manchmal denke ich mir wie du bleibst den geschützten verteidigen da kann ich stelle ich so geschützt was machen die die heilen dich davon habe ich jetzt gerade wenig gemerkt und du ich hätte schon mal mehr davon gemerkt ja kommt mir auch so vor oder scanl oder den krieg ich noch das war ganz mal gucken wir hier mehr der mit ausfall klar lo der hier ist schon wieder voll wieder ein baddest loader neko ich bin schon wieder voll ja? achso mit Waffen oder wie? ja hier ist ein loader weißt du nur so nebenbei du hast nicht mehr lange war hier noch was zu looten oder wie? ne wieder 700 schuss für die smg wir treffen uns in sanctuary ich hab nen plan wie wir jack stocken aber ohne dich gehts nicht du hast roland gerettet dieser planet hat auf einen helden wie dich gewartet ja, plass mir doch mal 12, 12, plass mir mal ah ne, bin doch nicht voll wo muss man denn da hin, ey? achso, einfach reisen, wa? ja, ne? versuchst du grad irgendwo hinzukommen ich hab grad ein bisschen, äh, gelootet noch alter vater ganz kurz ganz kurz ja, ich mach kurz was ich mach was abgeben, ne? ja, das ist klar wieder kaufen so, ich bin wieder am start ich kann jetzt meine golden keys ja auch einsetzen, um hier dann krass op-waffen zu kriegen hohe qualität niedrige preise und ich stelle keine frage du bist mein millions der kunde dass dir das nicht zu kopf steigt äh, ich hab ein, äh, ein klassen mod für sirene team uplinkzeit 14% hab ich einen besseren? und das war's ich hab ne, äh, ne granaten mod die macht fast 10.000 x 6 du bist echt ein trottel jup, ich, äh, ja total bescheuert war nur ein witz freut mich dich zu sehen oh, danke jetzt solltest du sagen, ich freu mich auch dich zu sehen